So, da unten gibt es ein Telefon und vielleicht können wir da die Adresse von Herbert Chapman, ich glaube es ist dieser Brandstifter, herausfinden. Das können wir mit Sicherheit mal benutzen. Entschuldigung junge Frau, Frau Sekretärin, ich würde gerne mal ihr Telefon benutzen. Phelps, Badge 1247. Wie kann ich helfen, Detective? Kann ich mich noch nicht behalten, dass wir noch ein Herbert Chapman haben? Ich weiß nicht, für Sie. Er wurde heute Morgen geöffnet, Detective. Damn. Ich bin sorry, Detective. Es ist nicht dein Problem. Kann ich mir ein Last Known Address geben und einen APB auf den Mann? Ich bin zurück zu Ihnen, Detective. APB will go out over KGPL shortly. Danke für Ihre Hilfe. Na dann mal schleunigst hin zu Chapman, Herbert Chapman. Ich glaube, das ist dieser Typ, der gerne mit Feuerfuchte, den wir da auch mal erwischt hatten. Ach, Elsa Lichtmann wieder am Singen im Blu-Room. Die angebliche Geliebte von unserem Supercop-Co-Films. Give me your heart And baby I'll bill it Cause I always kill The things I love Buy me a drink, Cole? No. Not even for old time's sake? Not even for that. You're not gonna ask me why I'm here? I wouldn't give you the pleasure. But get around to me. She's in fine voice this evening. I wonder how the commander would feel about... Let's say that that's where someone cares about the boy. You're breaking my heart, Cole. You know how I feel about you. Stay away from Elysian Fields. I should have known that you were playing Aaron, Roy. You and your doofus partner. You have been warned. Thanks for your cooperation, officer. I love you. Stay away. You have no idea the type of people that are involved in that company. I have a pretty good idea, Roy. The same kind of people that sent you here. Your investigation is finished. Homicide will be taking over from here. I've heard we've had a spate of grass fires in the hills that you and that hunchback might be able to handle. Thanks for the drink, Cole. Mann, Mann, Mann. Elsas Apartment, 8.45 Uhr. Get the message about Monroe? Yeah. Errol delivered it. You? McKelty. He started making noises about my pension. Sorry about that, Herschel. I didn't mean to drag you into this. Save it, Phelps. When Rose was an asswife. And so was Earl. And so was McKelty when it's all said and done. Da hast du wirklich recht, Hirsch. Herschelbix. KGPL calling. Car 11K. 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 Go ahead. 11K. 11K. The last known address of suspect Herbert Chapman is 650 North Kingsley Drive in Bolsher. Roger that, KGPL. 11K en route. Let's go pick him up. Na worauf warten wir denn noch? Los geht's. You fought at Sugarloaf, didn't you? I did. But I don't like to talk about it. You come across a guy called Jack Kelso out that way? You know Jack Kelso? He's an insurance investigator over at California Fire and Life. Our paths cross from time to time. For some reason. See you next makes me think of him. Has Jack spoken to you about his experiences on Sugarloaf or the rest of the campaign? Jack keeps strong, just like you do it. I know how it feels like to get back from conflict. You gotta respect that. Ah, er kennt also Jack Kelso, unser Partner Herschel Biggs. Naja, wie auch immer, wir müssen jetzt zu Chapman und dem mal einen Besuch abstatten. Aber irgendwie vermute ich, ja, da hat auf jeden Fall ein Irrer seine Finger im Spiel. Und Elysian Fields hat auch was zu verbergen. Aber ob das zusammenhängt, das wage ich einfach mal zu bezweifeln. Da bin ich mir gar nicht mal so sicher. Ob das sich nachher nicht in zwei Fälle splitten wird. Dass wir bei Elysian Fields was interessantes rausfinden. Und auch diesen Psycho-Killer finden. Hoffentlich, hoffentlich. Oh. Entschuldigung. Äh, ja, ich weiß. Boah, würde ich mich in Wirklichkeit abfacken, wenn da einer so um die Ecke gerauscht kommt und mir dann voll reinfährt? Ach ja, ich würde auf jeden Fall nicht gerade Freudenspüle machen. Achtung. Na gut. Aber ich darf das ja. Ich bin ja Superkopfherbst und die müssen mir jetzt eigentlich alle Platz machen hier, damit wir mal hier durchbrausen können. Ja, weg da aus dem Weg. Aus dem Weg. Wow. Na toll, das war meine Ex-Scheine. Wie die aber auch manchmal fahren, obwohl man da mit Sirene durch die Gegend düst. Freuen die sich darüber gar nicht. Ah, das ist Los Angeles der 40er Jahre. Diesmal bei Nacht, beziehungsweise bei Dämmerung. Oh, das ist mal noch gut durchgekommen. So, und jetzt hier rechts rum. Oh. Jetzt nochmal links. Dann sind wir da. Chapman's Apartment. 9.00 Uhr 17. Ja, da schauen wir uns mal näher an. Da sind diese Flyer. Und da ist Moskill. Diese Moskitospiralen, die gerne von Brandstiftern eingesetzt werden. Pepperwood, Moskill, vertreibt Moskitos sofort. Auch gegen Mücken und Sandfliegen, für drinnen und draußen. Ja, er hat die nicht gekauft, um Moskitos zu vertreiben. Da sind noch Kugeln drin, scheinbar. Ammo. Kaliber 45 Automatik, 50 Munition. Bennington Precision. 173 Korn, metalldurchschlagene Kugel. 50 rauchfreie Zentralfeuerpatronen. Munition Kaliber 45. Ja, offensichtlich sehr bewaffnet. Was ist das? Wahrscheinlich noch so ein Flyer. Wir bauen ein besseres Kalifornien. Oh, da hatte ich gerade einen Frosch im Hals. Wir kaufen noch heute ihr Haus. Bla, bla, bla. Kennen wir ja bereits aus der letzten Folge. Da habt ihr das alle schon gesehen, diese Flyer. Ja, die Gelegenheit hätte er, diese Häuser anzuzünden. Ich meine, er verteilt ja auch die Flyer. Oh, oh, Chapman, mach keine Dummheit. Na, da mal dahinter, ja. Ich gebe mein Bestes. Aber... Ich hoffe, da sind keine Zivilisten drinne. Boah. Boah. 11K, requesting assistance. In pursuit of suspect aboard the 1110 University Streetcar. Currently heading east on Melrose Avenue. Advise all units. Suspect is in control of car and driving dangerously. Ja. Alleine dafür hätte er es verdient, ins Kickchen zu kommen. Schnappte sich einfach die Straßenbahn. Boah. Schaut euch das mal an, Leute. Ich glaube, ich bleibe mal lieber hinter der Straßenbahn, weil ich weiß nicht, wie er noch groß was machen kann. Nee, darauf kannst du dich verlassen, Hirsch. Den verliere ich so schnell nicht. Okay, dann probiere das Ding mal kaputt zu schießen. Was? Wie kann er sich so drehen? Ach, er hat es erwischt. Hirsch Bix hat das Ding erwischt und es kommt zum Stehen. Und jetzt wollen wir uns den Typen schnappen, den Chapman. Hände hoch. Scheiße. Da hat er mich total an sich hier schossen. Ist ja der Wahnsinn. Herbert Chapman. Hat Cole Phelps gerichtet. Und jetzt müssen wir die Verfolgung wahrscheinlich nochmal wiederholen. Oder kommen wir jetzt direkt wieder da raus, wo wir ausgestiegen sind. Ich weiß es nicht, liebe Spürnasen. Aha. Okay. So, ich probiere die Straßenbahendeck mal kaputt zu machen hier von einfach an. So, wie kann ich das Ding kaputt machen hier? Und du musst das doch gehen. Ach, du heilige Scheiße. Ja, ich bin dran, Bix. Aber jetzt zimmer doch mal drauf, Mensch. Sonst kriegen wir den ja nie zum Stehen. Boah. Okay, los geht's. Ja, da haben wir sie wieder erwischt. Straßenbahn. Und jetzt raus hier. Mal besser mit gezogener Waffe. Phelps rennt da auch nicht mit gezogener Waffe hin. So, der schießt doch auf uns. Wir müssen ihn erschießen, das ist wahrscheinlich. Der haut ab. Bam. Kurzer Prozess. Ich habe einen Punkt. Die Evidenz ist gut für Chapman. Es ist schwer zu beantworten über seine Geschichte, wenn er mit dem 45. Vielen Dank. Das verrückte Leland-Monroe, was du über Leland-Monroe hattest. Was warst du, Phelps? Ich werde Richard Nixon einen Krook nennen. Naja, ich verdächtige Leland-Monroe immer noch. Der hat immer noch Dreck am Stecken. Und ich glaube, Herbert Chapman musste jetzt nur den Kopf hinhalten in diesem Fall. Für die Familie Morelli, die da ermordet wurde bei dem Hausbrand. Na, wenn das nicht mal unsere Turtel-Täubchen sind. Was ist es? A letter von Lou. His insurance policy named me Beneficiary. California Fire and Life. You worked for Elysian? The roofs that he was working on collapsed. Es ist ein sehr generous settlement. Elsa, ich möchte Sie etwas tun für mich. Ich denke, es ist etwas Dirtyes über Elysian Fields. Was hat das zu tun mit Lou? Ich möchte Sie zu retten dieses Settlement. Ich möchte Sie zu gehen und sehen einen Investigator, named Jack Kelso, und ask ihm zu machen ein paar Inquieren über Lou's case. Nichts das Police work? Do you want to find out what happened to Lou? Warum würde er helfen, Miss Kelso? Jack, er kann sich nicht helfen, wenn er ein Ratschmer ist. Er ist ein Freund von dir? Er hat meine Guts. Elsa, du kannst du das Geld machen, und du kannst sie weggehen. Oder wir können Jack's helpen und tun etwas über es. Na, da geht aber schon was. Das ist nicht einfach nur gespielt hier, um Elsa zu schützen oder so. Da geht wirklich was zwischen Elsa und Cole Phelps. Oh, unser Fahrzeugschaden. Auch wieder wirklich nicht gerade ohne. A walk in Elysian Fields, in elisischen Gefilden. Ja, Fall abgeschlossen, mit ausgezeichnet. Gefunden Hinweise, 13 von 13, Fragen richtig, 8 von 8. Also Optimopti, Verhaltensweise, allerdings nicht so Optimopti. Fahrzeugschaden, 2307 Dollar. Ui, 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 ui. Verletzung 0, glücklicherweise, Sachschaden liegt bei 110 Dollar. Chapman nimmt sein Motiv und alle möglichen Verbindungen zu Monroe und Elysian mit ins Grab. Denn wir haben ihn erschossen. Ja, liebe Freunde, das war mal wieder ein spannender Fall und wir sehen uns dann beim nächsten Verbrechen.